lalalala 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 und damit herzlich willkommen zurück zu let's play minecraft mit neverminds ich habe keine ahnung warum ich das gerade gemacht habe ich weiß es nicht ich habe irgendwie letztes mal habe ich das gemacht und dachte mir hey cool machst du noch mal ist bestimmt voll witzig und so ja auf jeden fall ich bin im honeyball deck ich weiß die banners sind dann weiß aber ist egal wir hatten ja beim letzten mal gesagt wir wollen was machen ja wir hatten gesagt noch was machen und zwar wollen wir da drüben einen 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 diese dinge machen die wichtig sind genau habe ich gesagt ich hab sie kommt mal wegschmeißen genau ich kann mal wegschmeißen also nicht wegschmeißen sondern verarbeiten und weg kaputt gehen lassen ja und deswegen habe ich mir gedacht okay wir machen diese folge ich habe mir vorher mal ein paar gedanken gemacht wirst du machst dir gedanken bevor du aufnimmst ja ab und zu ein bisschen und ich dachte mir wir machen das so wir tun tagsüber hier ein bisschen abgrabbeln wir tun tagsüber hier ein bisschen abgrabbeln und tun dann nachts über ich habe frage mich gerade warum das so laut ist und ja ok ich habe mir das allgemein ein bisschen abgrabbeln und tun dann tagsüber abgrabbeln und nachts über dann fischen weil ich gerne noch ein bisschen coole dinge beim fischen finden würde ich würde mir ein glück da gerne versuchen wollen wir müssen noch mal schauen ob das funktioniert und zudem tun wir ja noch level dabei machen und vielleicht noch diese andere dinge ich weiß nicht genau keine ahnung wir müssen auch da oben bei dem blumenbeet da mal schauen wie wir das machen da brauchen wir vielleicht noch ein bisschen holz ich hätte auch überlegt ob wir es vielleicht mit dieser holzkuhle machen als wenn wir was können ich weiß es noch nicht genau mal schauen wie wir es machen wir könnten auch holzfarmen in der nähe ich habe sowieso überlegt ob wir was ich mir alles überlegt habe ist ja der wahnsinn ich habe mir sowieso überlegt ob wir eventuell den ganzen wald ringsherum mal langsam müssen abholzen weil den wald ringsherum brauchen wir so gesehen erst mal nicht ihr kennt das ja wir machen erst mal alles im erdboden gleich und fangen dann von vorne wieder an ähm und da dachte ich mir das könnte man eventuell ja auch machen da muss man gucken dann das funktioniert so ok gut da fällt mir gerade was auf so